hallöchen so da hier ist jetzt das silvester spezial davor möchte ich aber noch gern ein zwei drei vier fünf dinge sagen zum einen möchte ich mich natürlich bedanken bei allen abonnenten allen zuschauern die fleißig dieses jahr meinen kanal verfolgt haben und geschaut haben was ich für einen schwachsinn mache und dann natürlich an alle meine modellbaukollegen insbesondere die kollegen mit denen ich ständig zusammenarbeite wie laser natürlich in erster stelle benny mc umb und so weiter und so fort dann möchte ich mich natürlich auch noch recht herzlich bei den ganzen firmen bedanken die mich dieses jahr unterstützt haben und auch shops wie zum beispiel spielzeug apen.de sequoia modellbau sander tiger wer war noch alles dabei tun halt jetzt vor kurzem erst viele 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 die ich jetzt gar nicht alle aufziehen kann weil ich überhaupt nicht vorbereitet bin wie man das so kennt es waren auf jeden fall viele dabei ist wenn auch noch viele kommen ich bin da noch mit vielen vielen leuten in kontakt da wird noch einiges kommen nächstes jahr ja ich will euch nicht so lange voll quatschen damit wollte mich nur noch mal kurz bedanken für die für das schöne jahr kann man sagen vor allem zum ende hin wurde es noch mal richtig gut meiner meinung nach und ja würde ich sagen bis zum nächsten video und ciao so Perfekt ist es! Perfekt ist es! Perfekt ist es! Genau das Gerät werden 것을 synthげen, von den maker Wir haben hier immer noch los geberts Wir sehen uns Wir sehen uns wegen der Kinder Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020